Hallo, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt, glaube ich, genug aufgewärmt hier an der Heizung. Ist ja schließlich zwar ziemlich kalt draußen, aber irgendwann wird es dann doch zu heiß und dicht an den Heizstäben, oder? Hey, lass uns mal noch ein bisschen hier chillen. Ist so cool hier. Also warm, verstehst du? Ach Quatsch, wird mir zu heiß hier. Boah, es wird heiß. Los, runter mit dir. Okay, dann bleib aber stehen. Wie? Achso, du willst dich abseilen. Alles klar. Na, ich wollte jetzt nicht runterhüpfen. Juhu, okay. So, seil dich ab. So, und jetzt? Jetzt hängst du da. Dann kommst du nicht mehr weiter. Oder so. Guck mal, ich habe einen Taster betätigt. Und wie komme ich jetzt da runter? Du musst jetzt langsam so runterrutschen und dann zu mir rüber springen. Vorsicht. Vorsicht, wieder hoch, da ist es auch heiß. So, hast du es gesehen? Und jetzt entweder kommst du auf meinen Rücken oder so. Ich würde sagen, da oben ist heiß. Au, warum ist denn da? Okay, alles klar. Das sah aus wie eine Plattform. So, nochmal. Runter mit dir. Oder mit mir, ich weiß es nicht. Mit mir, was? Oh. Du springst natürlich genau da rein. Ich glaube, du machst das am besten. Los. Runter mit dir. Das war aber auch knapp, ne? Wo ist denn da ein Taster? Genau in der Mitte. Guck mal hier. Bitte. Ach, da. Ja, okay. Ich habe ihn gesehen. So, ich komme. Ich komme. So, ich bin oben. Ja, und jetzt ist die Frage. Ich gehe mal. Ne, kann ja gucken gehen kann ich ja nicht. Wo sind wir denn da lang? Ja, ich weiß auch nicht. Und wo ist der nächste Taster? Oh Gott. Okay. Und jetzt darüber, da durch. Du siehst da so, wo du durch musst, ne? Ja, ja. Warte mal, du kannst dich doch... Da ist noch ein Taster, ganz unten. Ich habe eine Idee, aber ich glaube nicht. Wo ist denn der Taster? Pass mal auf. Du ach, ich weiß es jetzt. Der war unten. Ganz unten. Okay. Das erklärt auch, warum die Klappe sich öffnet. Vorsichtig runter. So. Welche Klappe denn? Weiter. Ach, da soll ich jetzt runter, oder wie? Und du versuchst jetzt ganz runter, aber nicht auf diese komische Lava. Ja, ja. So, und jetzt da so rüber. Wo ist denn da ein Taster? Auf dem zweiten. Okay, erstmal dein, ja? Mhm. Warte mal, Moment, hab's gleich. So. Das sind schon ganz schwarze Füße. Die sind schon ganz angekohlt. So, gucke mal. Und jetzt ist da so... Aha. Und ich kann jetzt... Du kannst jetzt hier runter kommen. Genau. Und hier rüber kommen. Genau. Und ich geh schon mal hier rüber. Genau. Da hatten wir zwar so einen Leuchtepunkt, aber der ist jetzt egal. Den brauchen wir jetzt nicht. Das war ja viel einfacher als gedacht. Das ist da... Ah, was war das? Nee, alles gut. Hier ist ein Taster. Guck mal. Ich muss mich raten, wenn ich da runtergehe, guckt der wieder. Oh, da hast du aber Glück gehabt. So, ich bleib stehen. Wäre ich aber platte gewesen. Und jetzt? Mach mal... Geh mal weg vom Taster. Dump. So. Oder... Warte mal, warte mal. Nee, warte mal. Ich hab keine Idee. Ah ja, ich verstehe. Verstehe. Das hatten wir schon mal das Prinzip. Verstehe. Komm rüber. Mann, du bist so schlau. Aber... Du bist so... Komm jetzt runter da, los. Jetzt geht ja nicht weiter. Ding dong ding. Ich glaub, das war jetzt Quatsch, was wir gemacht haben. Nee, das war gut. Ah nee, warte mal. Geh mal. Einfach da bleibst du stehen oder du... So. Ah, dann quetscht man... Soll ich da oben drauf? Welch dann kaputt gequetscht? Lass mal runter. Oder du musst ganz schnell abspringen. Kaputt. Das ist die Frage, wo muss ich denn hinspringen? Naja, der zeigt immer hier so denn nach links. Aber... Hier, da so rauf? Ja, aber... Da kommen wir doch nicht im Leben rauf. Ich weiß wie... Ich weiß es. Okay. Geh mal unten drunter durch. Ich lass jetzt runter. Jetzt kommst du da oben rauf. So. Jetzt lässt du dich... Springen wir runter. So, und jetzt baumelst du. Zieh dich mal hoch. Und jetzt halt wieder ein bisschen runter. Und jetzt baumel mal. Und noch ein bisschen... Gib noch ein bisschen... Merkst du, ja? Alle Klärchen vor Grube. So, jetzt komm rüber. Wieso wird das machen? Das Ding ist ja... Das war nämlich jetzt eine sehr schlaue Idee, zwar von dir, aber... Das funktioniert nicht. So geht es nicht. Doch, warte mal. Geh mal... Springen wir auf der... Springen wir links runter. Links runter. Jetzt kommst du mal her. Läufst auf das Ding. Ja, danke. Merkst du? Siehst du, siehst du, siehst du? Jetzt lass mal los. Geh mal runter. So, alles klar? aber wie kommen wir jetzt gehen einfach mal darüber nicht okay runter springen ist eine idee wie es jetzt das nicht immer ich habe nach unten gedrückt und bin gesprungen aber ich weiß wie kommen kommen wir hierher kommen kommen wir hierher ja hier kommen wir hierhin ja wo ich bin jetzt bleibst du genau da wo du bist ja ja moment was machst du da eigentlich und jetzt gehst du bitte nach links prinzip klar ups aber prinzip ist klar ja mein leben hängt quasi in deinen händen ja an meinen händen ja da du hängst am seinen faden der ist nicht seiden des wollen so jetzt vorsichtig nach links gehen vorsichtig ja 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 sehr sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut reicht und weiter links gehen jetzt dass ich mich frage halt 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 und fragst du dich wie komme ich hinterher das werden wir dann sehen aber erst mal muss ich da runter solange du mir das nicht verrätst lass ich dir noch ein paar mal brutzeln ich weiß wie jetzt rüber aber wo darfst du auf den taster und ich darf ohne mich da rein zu schwingen bitte na du schwingst da von alleine so moment so 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 jetzt langsam slowly ja ja jetzt muss er die stückchen für stückchen hoch aufhören so und jetzt ist die frage jetzt hier rüber oder oder wenn man ist so komisches geheimnis versucht das mal zu kriegen ich versuche mal das ja geheimnis zu kriegen bleibt mal genau da wo du bist ja wie soll ich denn da rankommen aber ohne mich zu rüsten ist eine idee also die war ja nicht schlecht kann man natürlich loslassen da komme ich nie wieder rauf zu dir naja ok sollen wir es mal probieren einmal probieren wir das mal so links was ist das für ein geheimnis weiß ich nicht irgendwelche sonderpunkte vielleicht wir haben die bisher immer schön ignoriert so rüber 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 weiter geht nicht das muss ich laufen warte mal ich meine ich kann jetzt natürlich schwingen und mal loslassen sollte mal machen wenn du dir das zutraust so das habe ich gefunden und jetzt so jetzt ist es weg ja und wird jetzt ist die frage wie konnte er wieder hin geht zur seite und zieh dich hoch auch nicht aber wir haben sie kriegt ich denke schon so das heißt jetzt ja da ist er wieder wir lassen den da wir lassen den mal ob der ist nicht essentiell so jetzt also regulär regulär go 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 ach so für wuli es so und jetzt mal richtig ja halt halt dann in noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch so jetzt muss ich da runter ok ok achtung bonk 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 bock weg du mal gerade erstmal nix ok 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 o gott ok komm mal ein stück mit halt ich glaube oh Gott das ist ja hochgradig so so jetzt noch langsam 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 es müsste gehen ja ja okay wir sind rum jetzt zieh dich mal höher so jetzt müsste ein kleines stückchen oder das ok machen wir mal ruhig jetzt so wie kommst du da jetzt was soll ich mal da drauf jetzt kannst du runterkommen süße ich würde sagen das haben wir gut gemacht wir haben es geschafft so da wenn der platte drückt würde ich denken nein es geht doch gut oder wir fallen rein ja voll der reinfall soll jetzt aber ich zeig dir das noch mal ja du bist noch mal da reinfallen okay okay dieses ding stört ein bisschen so aller guten dinge sind bekanntlicherweise vier jetzt reicht die schnur nicht klappt das muss man als einzelfigur machen das wird nichts wir müssen das als einzig war die schnur zu kurz okay also zusammen ich weiß das doch schon das ganz gut gemacht es hat nur die schnur nicht gereicht oh gott voll dagegen geditscht ja so noch mal ja gott gott so ist besser da hinten sind irgendwelche pakete also ausliefern nein wochen ich bin ich bin noch nicht zählen lenkt mich außerdem nicht ab du musst in die richtige richtung springen ja ich muss ja nur ich muss ja nur immer dagegen laufen siehst du so warum läufst du rückwärts noch mehr und die ist schneller ich hasse das warum muss ich das noch mal machen weil du das schon kannst du hast dich schon ein paar mal platt drücken lassen voll in die presse ich wollte denn die presse ihr immer mitten in die presse rein schw Wen springst vorunter segment ist ein du das ding聞 студiques für mich nicht nicht nur wenn das heißt hier den speicherpunkt das war schon gut aber ja das problem ist die die dahinter die rollt die rollt entgegengesetzt man aber ich habe es gleich gleich habe ich es vertraue mir trust me i got the feeling man ich habe immer den ersten der erste impuls ist immer rückwärts zu laufen aber der ist falsch ja der ist falsch der impuls you know ja dann so und hoch und dann musst du dich daran hängen ja ich hänge auch nö ist doch nicht euer ernst freunde ich weiß nicht und wieder super kaps kaps du kannst es das war ein bisschen knapp ne ja so jetzt kannst du raus da müssen wir wippen ich bleibe mal hier hinten stehen du musst da keine ahnung was machen wir denn jetzt ich weiß was ich weiß warum setze ich mich eigentlich da unten ist ein schredder ja aber ich habe die idee ja bisher habe ich nur die idee so ein stückchen aber dann musst du komm 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 la 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 Du bist runtergerutscht, in die Rolle. Du musst auch nach dir gucken. Ich war so begeistert. Ich hab so auf dich geachtet. Da fopste sie nach unten. Fopsen ist eigentlich kein richtiges Wort. Los, fops noch mal nach unten. Ich fopse jetzt nach oben. Jetzt musst du irgendwie hinterherkommen. Das ist doch ganz einfach. Ich hab hier noch einen Speicherpunkt gefangen. Ach du, nö! Warte, warte. Naja, muss ich da ran? Warte, das war der falsche Knopf. Achtung, Aataahe, ja! We Buu. Nochmal, okay, warte, das war nicht so gut. Moment, Moment, Vorsicht, nicht ganz in die Schredder rein. So, jetzt, bist du bereit? Ja, pass auf, dass sich da, ah, der Faden, nee, der drin verhängt. Oh Gott. Uiuiui. Ich kann da nicht loslassen, aus irgendeinem Grund kann ich nicht loslassen. So, Moment. Moment, Moment, ich hab's gleich, warte, noch ein bisschen tiefer. So, jetzt, jetzt, ich bin so bereit, ich bin so bereit, ich kann gar nicht bereit sein. Ich bin bereit, ich bin bereit. Oh Gott. Der Faden reicht nicht. Ach, der Faden, komm noch mal ein Stück, ach, nee, ein Stück näher geht nicht, ne? Nee. Okay, warte mal, komm noch ein Stück näher, noch ein Fusselchen, geht das nicht? Noch ein Fusselchen, komm. Hab ich schon getan, also noch näher und ich bin, ich glaube, wir müssen das als eins, wir müssen das als Team machen. So, dann hüpfe ich hier da erstmal ran. Warte mal, du musst dich, zieh dich mal, zieh den Faden mal so nah ran wie möglich. Warte, ja, zieh, 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 warte mal. Hi, komm, ja, zieh noch ein bisschen ran. Hm? Hm? Nicht, 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 nein, du musst ihn kürzer machen, du musst dich heranziehen. Mach ihn kürzer, mach ihn kürzer, mach ihn kürzer, mach ihn kürzer zu mir. Mach ihn kürzer, zieh, zieh, yes, okay. Das war, glaube ich, nicht so Sinn der Sache. Aber egal, wir haben es geschafft. Soll ich mal versuchen, raumschieh? Ja, mach mal. Achtung, hui, juhu, wie ist denn hier klappt das nochmal? Äh, Moment, Moment. Ich prall da immer so komisch ab. Ja. Warum prall ich denn da ab? Komm mal in mich rein, oder so. Boah, okay, das war nicht so clever. Vielleicht doch ineinander, wo bin ich eigentlich? Weiß ich nicht, aber ich kann ja noch weiter schwingen. Ja, warum? Komm. Jetzt bin ich tot. Du hast es drin, ja. Ich habe es irgendwie geschafft, ich habe es geschafft, da irgendwie runter zu. Warte mal, bleib mal hier. So. Mach du das mal. Ich bin durch die Raster, ich bin durch die Raster gefallen. Huch. Das war fast gut. War fast gut. Wie sie mit dem Controller mitgeht. Das ist wie beim Autofahren. So, lass mich wieder rauszahlen, ist mir nicht auch heuer. Oh, guck mal, Gedönse. Das ist ja schön. Bum, hui, bum, hui, bum. Bum, hui, bum. Das war nicht so clever. Uh, nee. So, nochmal. Und... Dir ist schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn zwei das machen, dass einer verkackt höher ist? Na denn? Ich habe mir gedacht, dass genau das passiert. Ja, also wer diesen Spruch lässt, der muss da reinfallen. So, also, das kriegen wir jetzt hin. Also, wir machen einmal... Und daneben. Daneben, daneben. Ich rappel in der Kiste, so. Achtung. Und boing. Und boing. Moment, habsgleich und boing. Habt ihr die Juden gemacht? Das war super. Sag mal, wie viel gibt es denn davon? Naja, ich weiß auch nicht. Irgendwie nimmt das kein Ende. Die steigen immer höher. Das stimmt jetzt. Na, höher ist ja nicht schlimm. Boing. So? Mhm. Sag mal, es wäre so geil, wenn jetzt mal irgendwo mal ein Speicherpunkt kommt, weil... Dass ich das irgendwann verkacke, ist nur noch eine Frage der Zeit. Guck mal, es sind nur noch zwei. Ja. Hinten ist der Speicherpunkt. Setz mich doch unter Druck, weißt du? Es sind ja nur noch zwei. Ja, hier. Ist ja ganz einfach. So. Und jetzt ist das nur noch einer. Sag doch mal, guck mal, es ist nur noch einer. Wenn du jetzt verkackst, musst du alles nochmal machen. Boah. Du machst es aber auch spannend. Wui. Haha. So, das war ja toll. Das wird ja immer besser. Wird ja immer toller. Ja, so war das, glaube ich, nicht gemeint. Ja, aber ich habe es immerhin, immerhin habe ich den Gedöns hier. Warte mal. Mhm. Ist ja immer richtig blöd hier, ehrlich gesagt. So. Wo geht es denn da unten, bitte? Hallo? Ach du, ich sehe es. Oh Gott. Na, danke. Dit ist ja ein Patent jetzt. Und... Okay. Boing, boing. Huh. Huch. 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 Da rupft es einmal, die nüstern vor lauter Begeisterung. Ho. So, also ich habe es jetzt gleich. Kann man hier nicht einfach mal so runter? So, na bitte, geh doch. So, dit geht und bum, 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 bum. Ja, genau. Dann hoch. Huch und rüber. Hoch und hoch. Na ja. Warte, darf ich? Du willst mal? Bist du sicher, dass du das kannst? Ich probiere das jetzt einfach. Also muss ich, äh, oder mal. So, bin drin, kann lossehen. Go Nenya, Go Nenya, Dö, 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 Dö. Und jetzt. Och Gott, jetzt muss ich, wie oft muss ich das jetzt machen? Das ist ja richtig. Warum kann man da eigentlich nicht drauf stehen bleiben? Eine blöde Frage. Ja, weil wir uns nicht so wirklich ducken können. Was machst du denn da? Achso. Jetzt muss ich nur noch darüber schwingen. Verkackst nicht, mach dich nur ein bisschen länger. Nein, oh Gott, das war sowas von knapp. Ich will wieder raus da. Wollen wir mal da runterhüpfen? Ja. Warum kann ich denn da einfach so? Oh, das, ähm. Hat nicht geklappt. Nee. Warte mal, was ist denn da unten? Eine Lavaseer? Warte mal, lass mich mal. Eine Lava, genau. Lass mich mal runter da. Das ist ja mal richtig blöd. Klatsch. Ich komme wieder. Nee, was war das? Ah, dann schwarze, Digga. Willst du mal? Ja, das ist gut. Muss ich da mit? Das machst du sehr schön. Du müsstest mit hinterherkommen, weil sonst die Strippe zu kurz wird. Ja. Bin ich dran? Rauf hier. Und jetzt? Jetzt ist toll, jetzt fliegen wir hier im Duett. Wuuu. Ups. Jetzt machen wir das nochmal. Warte mal, ich muss erst mal mit draufkommen. Wups. Das war zu spät. Oh Gott. Pum. Okay. Komm. Oh Gott, wie bist denn du? Wo bist denn du jetzt gelandet? Komm doch einfach hinterher. Ich bin hier im Käfig. Oh, das war knapp. Ja. Komm. Im Käfig. Ich sehe gar nichts. Oh Gott, da brennt es. Was machst du denn? Spring doch nicht einfach wieder ins Feuer. Okay, wir dürfen, glaube ich, nicht auf die Flammen da. Nein. Das ist auch so mein erster Gedanke. Wer hat sich denn das bitte ausgedacht? Wer hat sich denn das bitte ausgedacht? Ich nicht. Oh nein. Ich dachte, es geht. Aber es geht nicht. So, wie machen wir denn das? Da unten ist ein Faden zum Dranhängen. Wo? Ach, da unten? Ja. Das heißt, wir müssen hier auf der anderen Seite runter? Noch nicht. Ja, nur locker bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Wie unge. Okay, wie kommen wir denn da ran? Unser Faden hat sich auch durchgebrannt. Also wir dürfen, glaube ich, nicht zu zweit. Okay, dann du oder ich? Der, der fragt. Ja. Aha. Ist er drin? Nee. Na, hau doch nicht ab. Bleibst du mal stehen. Hast du nur angedockt? Ich glaube, ich glaube ja. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da unten ran? Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt hier, so weit kann ich nicht springen. Siehst du das? So hoch komme ich denn nicht. Wenn ich also hier springe, ich habe eine Idee, aber die sind ein bisschen riskant. Oh Gott. Da zwischen den beiden durch. Weißt du, was ich meine? Probier. Zwischen den beiden. Aber da musst du gleich den Faden schmeißen. Ja, das ist sicherlich, das muss ich sicherlich tun. Boah, hast du das gesehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst das ja gleich nochmal machen. Boah, boah. Soll ich jetzt nochmal? Genau das gleiche. Super, ich kann das. Hab ich, ich hab sowas von Body Control, Milady. Oh Gott, oh Gott. Und dann, wenn du dann im Fliegen bist, dann kannst du ein Seil schmeißen, das ist an so ein Rädchen. Genau, oh du, du lässt dich nochmal fallen. Fast daneben. Und dann da in die Mitte. Wo denn in die Mitte, Brigitte? Auf das Grüne. Auf das Grüne. On the Boardwalk. Warte, kann ich da runter? Ja. So. Na, das sieht ja immer besser aus. Gib mal, plörre. Was kommt denn da? Ein Boot. Guck mal, oh Gott. Ja, du kannst doch gleich ertrinken. Sehr schön. Wunderbar, wie du das machst. Erstmal in die Plütze geflumpst. Äh, in die, ich weiß nicht, was ich meine. In die Plütze geflumpst. Ah, ich darf nicht loslassen. Alles klar. You are not allowed to let go. Let it go. So. Und nu? Warte mal. Lass mal fahren. Gibt keinen Sinn, ne? Nee, wenn ich jetzt das loslasse, dann fährst du weg. Und zieh dich gleich ins Wasser. Bump. Ich weiß, komm ich nicht hinterher. Ich geh mal den Dings holen. Warte mal, jetzt kommt der zurück. Ja, das nutzt mir aber nichts. Irgendwer muss ja den Faden loslassen. Hat doch geklappt. Hat geklappt. Habe ich denn dafür einen Überschlag gemacht gerade? Du bist, äh, was ist das denn? Oh Mann. Das geht jetzt schief. Was auch immer. Oh Gott. Au. Au. Warum bist denn du tot? Ich bin auf die. Das war elektrisierend. Komm, komm mal rein. Komm mal rein hier. Wirst du drin? Nein. Wenn du noch zwei siehst, dann sind wir auch noch zu zweit. Vielleicht sehe ich auch doppelt. So, pass auf. Oh Gott. Das wird ganz einfach. Pass auf. Jetzt kommt er nämlich. Oh Gott. Der andere kam zuerst. Der andere kam zuerst. Oder musst du auf den anderen draufklettern, ne? Ja, richtig. So, also nochmal. Welcher kam zuerst? Der linke, ne? Der, der weiter oben ist. Und rüber? Ja, und jetzt? Ich glaube, das wird gleich nochmal beladen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war so knapp. Ja. Hast du den Fuß erwischt noch? Ich hab mir das Bein gebrochen. Doppelter Splitterbruch. Hui. Puff. Wat'n Scheiß. Das ist so. Wer hat sich denn sowas außer da? Seien wir mal ehrlich. Wer hat sich denn sowas außer da? Puh. Machst du's aber auch. Tetris. Da, Achtung, Strom. Ist da nicht ein... Was ist denn das da rechts unten? Wo muss ich denn hin? Oben auf den Block da, ne? Denk ich mal. So, und jetzt? Dann dürft ihr jetzt gleich nochmal so ein Block... Ach, da, guck mal. Du bist ja dreckig. Ach du Schreck. Hast du dich gesehen, ja? Und? Und? Und spring! Wow! Wo geht's jetzt hin? Faden hoch, hoch, hoch. Und? Wow! Und darüber, ne? Ja, ich schwinge. Ich schwinge. Und... Hui! Puff. Damit passiert auch gleich was Schlimmes. Ne, da ist unser Speichert. Gott sei Dank. So. Da wird's heiß. Da kriegen wir ein Branding. Renne renne durch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder Walzer! Huch, die Walzer granadet nicht sägen? Wie komm ich denn an der Walzer vorbei? Überspringen, denke ich mal. Aber die ist doch oben an der Decke befestigt, oder? Und hoch. ейcova, die ist an der Decke befestigt. Das weiß ich. Da können wir nicht ohne weiteres rauf. warte mal jetzt muss man irgendwie ich habe eine idee wie es wie ich weiß wie so siehst du ja so kommt vielleicht noch so ein ding war super für die knorke da kommt noch eine weise hochkart bin so aufgeregt die auf keine kuh haut so toll wie soll denn das gehen jetzt zum doppelding wo muss ich hin und einfach jetzt hoch hopsen gott so bitte speicherpunkt bitte speicherpunkt wo ist der speicherpunkt wo sind hier kann ich ja lang so vorsicht renn nicht so renn nicht so wild nicht dass wir hier gleich noch 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 sieht gut aus gott sei dank gott ja das sieht auch interessant aus wer baut diese fabriken kommen wir denn dahin auch gott ich weiß wie ach so so geht das was gesehen noch nicht sechs noch mal gegen gegen die sind das sägen am rand ja ich weiß auch nicht genau aber irgendwelche rollen sind es und zahnräder also ding ding ist das eigentlich blut oder rost am hintergrund gesehen wie ich das mache ja guck mal hin was wir gehen kann nur weiter dauern ding 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 ich werde schon ganz blöd im kopf werde ganz blöd naja kommt so okay haben wir noch an wir noch haben wir noch optionen nein ich glaube nicht wo kann ich denn da nicht gegen hopsen ich glaube du musst drauf hopsen oder ding 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 du kannst auf der linken seite hopsen da sind keine räder fahr jetzt mal fahr fahr bis nach links dann da liegt hier ja aber nicht darauf ist klettern klären da mal rauf nee das bringt nichts aber ich muss ich muss schon hier rauf muss schon hier an so dem ding rauf so das war fast gut aber hast du gesehen was ich meinte nein da passt es gemacht ja kommt da nicht raus kriegt die krise mit diesen dingern ich werde hier wahnsinnig ich werde hier blöd im kopf ich werde hier guck mal hier da wirst du bekloppt da wirst du bekloppt im kopf ich gebe dir erst noch fünf minuten und dann fall dir noch mal ein paar mal runter das ist mein prinzip ist sehr gut ne also ich bin ja schon recht gut jetzt das gesehen ja wie habe ich das gemacht hast du toll gemacht das ist ja wohl nicht wahr was ist mit hindernissen jetzt in der mitte okay man kriegt das hin und warum kann man da nicht drauf man kann auf diese hindernisse noch nicht mal drauf die rollen ja ich krieg jetzt sowas von plack plack musste zum zahnarzt geht ja sowas von plack wie sich das denn schaffen das sehe ich noch nicht wie ich das hinkriege das sehe ich noch wirklich noch überhaupt nicht wie lange nehmen wir schon auf naja ich habe ja gesagt vorhin ist also drei minuten denke ich mal probieren wir noch und noch drei minuten das letzte mal funktioniert dass ich die fünf minuten gegeben habe ich hasse dich du pödel ich hoffe du meinst nicht mich pödel du pödel pödel ich hatte dich du pödel immer du bist ein pödel 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 das ist eigentlich ein pödel ich habe keine ahnung du hast damit angefangen kann man sich nicht das ist ein regionales wort kenne ich es nicht pödel pödel guck mal dass die hau ich denn die ganze zeit runter da muss noch ein trick dabei sein so geschickt kann gar keiner sein vor allem wenn ich noch in die wenn ich über die erste kommen dann haut mich gar nicht auf der zweiten oder dritten runter überlegen gerade ob es hier im trick gibt ja der der bolzt mich jedes mal warte mal wir könnten natürlich jetzt prim und problem dann mich hat vielleicht in dd pw himp alle man trefften die sich da treffen die sich und da treffen die sich an kinder jetzt noch mal so glaube ich nicht aber den verdacht dass es so nicht und wenn man hinterher ob es okay im prinzip verstanden also hier muss ich ihn erwischen pass auf hier muss ich ihn erwischen da muss ich darauf dann muss ich denn eigentlich mitnehmen also das bewegungsmuster ist nicht so einfach kann man sagen bewegungsmuster ist überhaupt kein ausdruck das heißt aber wenn das bewegungsmuster ist noch eine weile beobachten und dann wenn wir uns denn das fünf stunden angestarrt haben dann wissen was vielleicht und dann fangen wir wieder von vorne an beim neuen video phone okay okay wie es weitergeht sehen wir dann beim nächsten mal ich fruste mich hier noch ein bisschen ab und denn ja da war Online macht etwas anderes bis dabei Tschüssi. Tschüssi.